Ich bin so aufgeregt. Wir machen eine Tonaufnahme. Bravo. Wundervoll, Liebling. Möchten Sie es nochmal versuchen? Ich wüsste nicht warum. Für mich war es perfekt. Mit 16 sagte mein Vater mir, dass er mich enterben würde, wenn ich die Musik nicht aufgebe. Er konnte es einfach nicht verstehen. Musik ist mein Leben. Cosme McMoon. Das bin ich, Sir. Maestro, das ist der talentierte junge Mann, von dem ich Ihnen erzählt habe. Dann lassen Sie uns beginnen. Sie ist bemerkenswert, oder? Sie singt etwas speziell. Speziell? Es ist medizinisch nicht erklärbar. Maestro, denken Sie, ich bin bereit für ein Konzert. Weiten Sie Ihr Zwerchfell, Florence. Ich denke, Madame Florence könnte noch mehr Vorbereitung benötigen. Meine Frau ist krank. Singen ist Ihr Traum. Und den werde ich ihr erfüllen. Wir müssen Sie unterstützen. Das sind wir ihr schuldig. Ich habe für den Präsidenten gespielt, als ich acht Jahre alt war. Wirklich? Ja, Sie nannten mich kleine Miss Foster. Ich war großer Hoffnung, eines Tages Konzertpianistin zu werden, aber als die Nerven erkrankten in meiner linken Hand, hatte es sich erledigt. Ihr Zustand verbessert sich. Was ist Ihr Geheimnis? Musik. Sie lebt für die Musik. Das war Florence Foster Jenkins. Wie kommt sie ins Radio? Ich habe mein linkes Bein auf Greta Canal verloren, aber dank der Lady habe ich wieder Lebensfreude. Diese Frau ist der Inbegriff von Courage und wir lieben sie. Die schlechteste Sängerin der Welt? Sie darf das nicht sehen. Ich nehme jede Ausgabe, die Sie haben. Das könnte zu viel für dich sein. Das ist mein Lieblingsort und ich werde hier singen. Ich kann nicht in der Carnegie Hall mit Madame Florence spielen. Wir werden da draußen gelünscht. Musik ist von großer Bedeutung. Man sollte sie nicht verhöhnen. Sie hat mehr für das musikalische Leben dieser Stadt getan als jeder andere. Auch Sie. Dreitausend Menschen. Sie brauchen Freude. Sie brauchen Musik. Aber ich habe Angst. Madame Florence auf die Bühne. Das ist es, wofür wir leben, nicht wahr? Für diesen Moment. Es läuft sehr, sehr, sehr gut. Singen! Singen Sie Madame Florence! Bravo! Das ist es, wofür wir haben. Das ist, wofür wir haben. Das ist, wofür wir haben. Bis zum nächsten Mal.